so dann können wir auch irgendwann mal in den netter das ist ja auch nice ich glaube das machen wir sogar in der nächsten folge muss ich bin wie eine bitch alter wo kommt man hier noch mal raus aber aber nein ich habe das wasser abgebaut ich hab das wasser doch zugebaut ja easy kein ding alter hier ich bin magic ma von burning feier ich bin nicht mehr alles gut ich dir extra das wasser wieder hin und du hörst auf zu brennen ja solle schweiß Entschuldigung passiert nie wieder Mildfeld hat gesagt ich werden alle brennen und es passiert Prozent und er ist nicht mal da und nie weil das passiert wenn er das ich hab dir unter erde gebaut Dankeschön Bau ab den Schild warte mal wie viel habe ich jetzt ich habe schon fünf wir brauchen ja was für wir brauchen ja was für das Tor und dann brauchen wir auch was für Verzauberungstisch dann ey den könnten wir dann auch demnächst angehen wir haben jetzt Diamanten wir müssen dann nur Bücher machen Regale in dem Dorf wo ich war und alle getötet habe da waren ganz viele Bücher oh nice gut da können wir den ist auch verzaubern ich hab schon 23 Level also das lohnt sich ach wo wolle du denn steht da mal ab ja ich bin dabei dauert nur ein bisschen hast du mich gerade geschlagen nö wenn dann bist du durch meinen allerdings genudelt ah du bitch namens Lava da oben leuchtet es alles klar und jetzt weiß ich woher die Lava kommt was denn ist über uns direkt ein Lavasee oder was hier ist ein riesiger Sport ein Sport riesiger Sport alles klar also ich hab jetzt zehn äh du hast das Wasser wieder freigelassen Alter release da Wasser scheiße ja weil du gebrannt hast Alter du läufst da rum wie so ne Fackel denkst du echt ich guck dann zu das sieht scheiße aus man das kann ich doch nicht so im Video zeigen ich bin die menschliche Fackel Alter ich weiß was ich tu ich wollte dir helfen weil du verbrannt bist fast und dachte komm brauch schnell das Wasser da hin und dann hörst du auf zu brennen ja ich kann es halt wo bist du wieso komm ich da nicht hin ich bin den Weg wieder zurück wo wir zurückgegangen sind um zu den Obsidian zurückzukommen so nenne ich den Part das passt gar nicht da rein Alter einfach mal so 4000 Wörter meine Fackel ist länger aber what hält länger meine oh hier ist wieder die Urit ey ich bin der King ich baue hier so viel Kohle und Redstone ab und alles ich bin jetzt Level 24 ach du bist auch zu mir gekommen er hat den Weg zurückgefunden ich baue meinen Weg nach oben schon mal für dich das ist nice das Theoret daraus okay ach so hoppala Alter wie viel Theoret hier ist ich will das benutzen weil Theoret sieht voll geil aus zum bauen den ganzen Redstone können wir auf jeden Fall gebrauchen wenn wir Fallen stellen für unsere Gegners ne das wird natürlich auch ein harter Kampf Gegners da kann man nie genug Redstone haben kann ich dir nur sagen Alter wie viel fucking Theoret hier ist ich komm nicht drauf klar ich hab noch nicht so viel Theoret auf einmal gesehen da ist noch mehr haben wir uns eigentlich Gedanken darüber gemacht wie wir wieder rausfinden nö mach ich nie Alter da sind wir echt gleich einfach rein oh ja so jawohl jetzt hab ich schon schön viel Theoret daraus kann man geil was bauen nice zwei Diamanten hab ich noch richtig viel Kohle Eisen ist auch am Start zwei Gold richtig geil zehn Obsidian und fast drei Stacks an Redstone Versorgungstour Versorgungstour so müssen wir noch weiter nach oben so hier geht's noch ah ok auch Kohle gut wo waren wir weiter wo waren wir lang ich hab keine Ahnung warte mal hier ich laufte ja noch mal hinterher wie damals im BO3 im Zombie Modus ich bin ihm hinterher gelaufen er hatte überhaupt keinen Plan wo er hinläuft und ich dachte er hat einen Plan er dachte okay ey Diurid und irgendwie wurde das nichts ey das war so schlimm die ganze Runde war schlimm du kannst ja schon mal ein bisschen weiter buddeln ich nehm hier ein bisschen Diurid mit ich weiß nicht wie schlimm das war von unser Kollege wurde vernünftig spielen und wieder nur so nö lö lö genau wir haben das natürlich auch absichtlich gemacht muss man sagen ne so es hat es dunkel gemacht ich finde man unterschätzt das immer voll wie viel man an Ressourcen braucht jetzt zum Beispiel für Bauen was man an Holz braucht und sowas denkst du so ja nimmst du dir jetzt drei Stacks mit hast du dann was und dann gehst du da hin platzierst ein Block und dann ist das weg siehst du deswegen nehme ich hier erstmal richtig viel Diurid mit dann daraus kann man schön viel bauen und es sieht auch immer nice aus so Diurid Alter wie viel hier einfach ist als ob das hier noch weiter geht wollt ihr mich ficken ich komm nicht mehr klar alter ich weiß das Diurid bringt mich um es nimmt gar kein Ende mehr ich bin ich bin und dann ich bin ich bin